hallo und herzlich willkommen zu dem video ich wünsche allen frohe weihnachten weil für euch ist heute heiligabend für mich ist morgen aber trotzdem also frohe weihnachten an alle ja ein weihnachts special drehe ich jetzt mal hier jedes jahr bis jetzt oder ich weiß gar nicht ob ich vor zwei jahren als gemacht hat auf jeden fall letztes jahr auf jeden fall läuft jetzt hier bunte wäsche nehmen wir kurz hier ja bunte wäsche auf pflegeleicht 40 grad 1200 tun äh ja uhrwäsche äh mach mich wie ein buffertan ich wollte schnell waschen drücken das ist direkt daneben naja als der andere war es aber zu spät egal mit schnell waschen wäre sie halt von 1 23 auf 1 14 gesprungen dann ist er auf 1 40 ich habe sofort stark gedrückt und dann habe ich gemerkt egal so ich würde mal sagen bis gleich irgendwo bei pflegeleicht macht und hygiene bei pflegeleichthygiene intensiv macht nämlich ab 40 grad laugenabkühlung ich weiß nicht ob ich das noch filme auf jeden fall bis gleich ich gucke euch mal wie ich irgendwelchen stellen kann weil ich kein stativ habe sooo so weil das ja meinheitswäsche ich hoffe dass ihr schöne tage bekommt also schönen herrlich abend ich habe jetzt trotz corona ja es wird jetzt irgendwann ein video kommen ein 100.000 aufruf special ähm da mein youtube kanal ganz nah an 100.000 aufrufen liegt 99.148 ich glaube das stand da eben äh ja das wird kommen dann wird noch wie bis jetzt auch immer ähm neujahrs special entweder silvester oder neujahr weiß ich noch nicht äh auf jeden fall eins von beiden ähm und bald auch 200 abos special weil wir sind jetzt bei 154 abonnenten danke dafür ja aber was ich da mache könnt ihr euch überraschen lassen das weiß ich mich sehr auch noch nicht ja was ich für mein 100.000 aufruf special mache das weiß ich schon sag es euch aber noch nicht ja aber jetzt erstmal hier weihnachtsbäsche und ja ja übrigens habe ich weißer riese color pulver genommen flüssig ist noch sicher nicht mehr weil pulver einfach besser für die maschine ist und dann Also, äh, ich wünsche euch allen frohe Weihnachten und schöne Feiertage und halt auch einen schönen Abend. Ähm, ja, manche vielleicht werden dieses Video direkt morgens sehen, weil ich das so hochlade. Also, für mich ist halt heute noch der 23. und ich werde das dann heute irgendwann heute Abend so 10, 11 oder so hochladen, weil das dauert auch immer Ewigkeiten, dass es dann morgen früh, auch wenn es dann wahrscheinlich schon heute Nacht online kommt, aber es sollte halt nicht vor 0 Uhr kommen, ne? Nach 0 Uhr wird es dann hochgeladen sein. Wann weiß ich nicht. So, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, schöne Feiertage, bleibt gesund und Tschüss. Tschüss.